Mir gefällt bei meiner Arbeit besonders, wenn ich beispielsweise, wenn ich im Training bin und wir haben ein Thema Führung und es gibt ganz konkrete Fragestellungen, die da sind und Bedürfnisse in dem, was man tut, besser zu werden oder andere Handlungsweisen zu bekommen oder Ideen zu bekommen. Das gefällt mir, weil ich gemeinsam mit den Personen für die für sie passende Lösungen arbeiten kann. Das Wesentliche und Wichtige ist für mich, dass die Person, die mich ruft oder die Gruppe, mit der ich zusammenarbeite, ihre eigene Kompetenz und Stärke besser verstehen lernt und diese gut einsetzen kann. Und zwar egal, in welchem Themenfeld. Mein Name ist Susanne Recknagel, ich bin Geschäftsführer der Gesellschaftlerin der Firma SES Consult und ich stehe für agile Führung, für Online-Moderation und für Stressmanagement.